Liebes Kinderpalliativ Team Dattl, lieber Boris, so gerne wäre ich am 6. Juni zu euch gekommen, um gemeinsam das große Fest 10 Jahre Kinderpalliativstation Lichtblicke mit euch zu feiern. Heuer ist alles anders und so darf ich euch meine Glückwünsche auf diesem Weg übermitteln. Ihr habt nicht nur in Deutschland, sondern auch in den angrenzenden Nachbarländern die Palliativversorgung für Kinder und Jugendliche und junge Erwachsene mitgeprägt und dafür möchte ich mich an dieser Stelle bedanken. Ich weiß, dass ihr viele Projekte vorhabt, für die ich euch viel Glück und guten Erfolg wünsche und ich freue mich sehr, wenn wir uns hoffentlich bald persönlich wiedersehen. Herzliche Glückwünsche aus Österreich.